GROUND & POUND TV, Marc Bergmann, wir sind hier in London auf der Fight Week von UFC und Fuel TV 7 Barrao vs. Mcdonaldon. Bei mir steht ein alter Bekanter, Terry Atim, der im Vorprogramm seine Rückkehr feiern wird. Und wir werden kurz fragen, ja, er war eine lange Zeit nicht im Octagon zu sehen, war verletzt gewesen. Wir werden jetzt mal sehen, wie es ihm heute geht, Terry. Ich habe die Zuschauer, wir haben dich nicht in dem Octagon gesehen, du hast ihn verletzt, war schätzt in August, das nicht passiert. Was ist denn, wie fühlst du jetzt? Ich habe mir wirklich ein ACJ-Junt geschnitten, das ist in der Schilderung. Ich habe sehr trainiert in der Gym, ich bin für eine Fliege Armbar und habe mich verloren, das war eine sehr schlechte Angelegenheit. Aber jetzt bin ich 100% reubert, bereit zu gehen, fokussiert und gut zu sein, um zu gehen und zu gehen. Ja, du kommst hier am Saturday, du kämpfst Rennie Forte, die Preliminary Fights. Bitte sag uns etwas über diesen Mann. Nicht viele Leute wissen viel über ihn. Wie sieht der Kampf und wie sieht ihn als Opponenten? Ja, er war in der ultimative Kampf in Brasilien. Er kämpfst mit dem Mittelweight. Dann hat er ein Kampf im UFC Weltweight und jetzt ist er in Lightweight. Ich erwarte ihn, dass er sehr stark ist. Aber auf Saturday wird nur ein Gewinner sein. Ich bin 100% confident, 100% fit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Wie sieht der Kampf aus dem Kampf aus? Ich sehe Rennie Forte versuchen, diese Kampf zu der Grunde. Ich habe nicht viel Erfolg, wenn ich ehrlich gesagt habe. Ich habe ihn getötet. Jedes Mal, wenn er mit einem wilden Schaden verletzt, ich werde ihn mit 2 und 3, ich werde zu schnell und zu schärfen. Das ist der Fall der Kampf. Jedes Mal, wenn wir dich in der Octagon sehen, du bist ziemlich confident. Du fühlst gut in der Rennie. Jetzt bist du aus dem Octagon für lange Zeit. Du fühlst dich, dass RingRust einen Faktor in diesem Kampf spielen? Nein, nein. Nicht überhaupt. Ich trainiere mich in der Gym non-stop. Ich bin in der UFC seit ich 21 und 27 Jahre alt bin. Ich habe viel Erfahrung. Ich bin hier viele Mal vorhin. Ich bin super confident. Ich habe mich nicht in meinem Weg auf Saturday night. Das klingt gut, mein Mann. Wir wünschen dir die besten Glück auf Saturday. Good luck in your comeback. Und wir sprechen mit dir nach dem Kampf. All right. All right. All right.